Ihre Automatik-Uhr lebt von ständiger Bewegung. Nur wenn Sie Ihre Armbanduhr am Handgelenk tragen, bekommt sie einen Energieimpuls und zieht sich selbst auf. Ruht die Uhr über einen längeren Zeitraum, geht sie nach einigen Tagen nicht mehr, und das tut dem Uhrwerk nicht gut. Entweder müssen Sie die Uhr täglich per Hand aufziehen oder Ihren Zeitmesser einem Uhrenbeweger anvertrauen. Ein Uhrenbeweger, auch Uhrendreher oder Watchwinder genannt, bewegt Ihre Uhr nach einem vorprogrammierten Muster im Uhrzeigersinn sowie gegen den Uhrzeigersinn mit dazwischenliegenden Ruhephasen. Außerdem erhalten Sie durch den Uhrenbeweger eine ansprechend ausgestattete Uhrenvitrine zu Aufbewahrungs- und Präsentationszwecken. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Mozzly Uhrenbeweger. Der Mozzly Uhrenbeweger fällt durch sein farbiges Design auf. Seine Oberfläche besteht aus PU-Leder in orange mit einem Sichtfenster aus Acrylglas. Anders als bei vielen Uhrenbewegern befindet sich das Sichtfenster nicht oben, sondern an der Vorderseite. Der Watchwinder hat zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Er bietet drei Richtungsoptionen, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder abwechseln. Hinzu kommen vier verschiedene Geschwindigkeiten, sodass insgesamt zwölf Rotationsmodi einstellbar sind. Aufnehmen kann der Uhrenbeweger eine Uhr. Der verbaute japanische Motor ist laut Angaben des Herstellers so leise, dass das Gerät auch im Schlafzimmer oder im Büro stehen kann, ohne zu stören. Betrieben werden kann der Uhrenbeweger entweder mit Netzstrom oder mit zwei 2A-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Ein im Lieferumfang enthaltenes Kabel ermöglicht es, mehrere Geräte miteinander zu koppeln. Kann eine Automatikuhr überdreht werden? In der Regel droht diese Gefahr nicht. Mehr über den Aufbau und die Funktion von Automatikuhren weiter unten in unserem Ratgeber. Das zweite Produkt in unserer Liste ist HP Select Uhrenbeweger Mozzly Uhrenbeweger. Diese Uhrenbox ist großzügig dimensioniert und kann gleichzeitig vier Automatikuhren bewegen. Für weitere sechs Armbanduhren oder für den Schmuck sieht das Modell praktische Aufbewahrungsnischen vor. In ihren Rückmeldungen betonen die meisten Nutzer die solide Verarbeitungsqualität des HP Select Uhrenbewegers und weisen auf den hohen Bedienkomfort hin. Der Uhrendreher erscheint in edler Krokodillederoptik in schwarz. Die Abdeckung aus transparentem Material ermöglicht laut Hersteller eine effektvolle Präsentation der wertvollen Uhrensammlung. Positiv ist hervorzuheben, dass sich die Drehelemente auch einzeln einschalten lassen, um unter anderem Stromverluste zu vermeiden. Der HP Select Uhrenbeweger ist ans Stromnetz anzuschließen, es ist kein Batteriebetrieb vorgesehen. Ein weiteres Komfortfeature ist die Möglichkeit, die Größe der Uhrenaufnahme flexibel anzupassen. Die Rotation der Drehelemente erfolgt in dem für die meisten Automatikuhren optimalen, naturnahen Rhythmus. Auf 2 Minuten Drehbewegung im Uhrzeigersinn folgt eine Pause von 6 Minuten, worauf sich die Aufnahmen weitere 2 Minuten gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Dieser Ablauf ist vorgegeben, eine Änderung ist nicht möglich. Der nächste Produkt ist Klarstein St. Gallen Premium Uhrenbeweger. Der Uhrendreher vom Marktführer Klarstein überrascht mit einem originellen, senkrechten Design und überzeugt außerdem mit einer noblen Ausstattung. Dieses Modell ist bei den Käufern beliebt und bekommt viel Lob. Der Klarstein St. Gallen Premium Uhrenbeweger bietet für zwei Automatikuhren Platz. Dabei erweist sich dieser Watchwinder aufgrund seiner vertikalen Bauweise und einer Höhe von nur 24,5 Zentimetern als besonders platzsparend. Für einen festen Stand sorgen gummierte, abgeflachte Füße. Der Uhrenbeweger fügt sich durch seine elegante Optik nahtlos in zeitlose oder moderne Einrichtungskonzepte ein. Eine integrierte Beleuchtung unterstützt dabei, die eigene Uhrenkollektion schön zu präsentieren. Eine Besonderheit des Uhrenbewegers St. Gallen Premium von Klarstein sind vier vorinstallierte Rotationsprogramme mit jeweils 5 Minuten Betriebszeit und, je nach Auswahl, mit 79, 56, 41 und 32 Minuten Ruhepause dazwischen. Zudem lässt sich in Abhängigkeit vom Uhrenmodell zwischen drei Rotationsmodi, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und alternierend, entscheiden. Die Umdrehungszahl pro Tag gibt der Hersteller nicht an. Der nächste Produkt in unserer Liste ist E-Joyce Uhrenbeweger. Der E-Joyce Uhrenbeweger kann insgesamt zehn Uhren aufnehmen, vier davon über rotierende Uhrenrohre, die sich drehen können und damit die Uhr anzeigen. Es gibt darüber hinaus sechs weitere Stellen für die restlichen Uhren. Es stehen laut Hersteller sowohl Aufbewahrungs- als auch Anzeigefunktionen zur Verfügung. Die Uhrenvitrine mit integriertem Uhrenbeweger besteht aus Holz- und Polyurethanleder und gilt deswegen als robust und langlebig. Die Oberfläche ist laut Hersteller glatt und flach und leicht zu reinigen. Die transparente Abdeckung aus organischem Acrylglas soll eine gute staubdichte Wirkung haben, während das weiche Kissen die Uhren vor Kratzern schützt. Leiser Betrieb, der E-Joyce Uhrenbeweger hat nach Angaben des Herstellers eine Kombination aus hochwertigen Motoren, die für einen kontinuierlichen und leisen Betrieb sorgen. Das Design kann deswegen an Orten wie dem Schlafzimmer oder Arbeitszimmer platziert werden, ohne durch laute Motorengeräusche aufzufallen. Der Uhrenbeweger kann laut E-Joyce den normalen Betrieb der mechanischen Uhrensammlung aufrechterhalten, damit die Uhren stets die richtige Zeit anzeigen. Die Box eignet sich sowohl für die Aufbewahrung von kleinen Damenuhren als auch von übergroßen Herrenuhren und hat eine große Glasoberfläche, um die Modelle im Blick zu behalten. Insgesamt bietet der Uhrenbeweger drei Rotationsrichtungen. Modus 1, 2 Minuten im Uhrzeigersinn, 6 Minuten stehen, dann wiederholen. Modus 2, 2 Minuten gegen den Uhrzeigersinn, 6 Minuten stehen, dann wiederholen. Modus 3, 6,5 bis 8 Umdrehungen pro Minute abwechselnd, dann wiederholen. Der nächste Produkt ist Watchwinder Smith WWS B2 beim Uhrenbeweger. Dank seiner natürlichen, hellen Optik passt diese Uhrenvitrine in jeden Wohnraum und zu recht unterschiedlichen Wohnstilen. Der Uhrendreher bietet Platz für vier kleinere oder mittelgroße Automatikuhren mit einem Gehäusedurchmesser unter 43 mm und stößt auf ein positives Verbraucher-Echo. Unter anderem betonen die Käufer die hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion dieses Uhrenbewegers. Der Watchwinder Smith WWS B2 beim Uhrenbeweger bietet Ihnen vier Rotationsmodi an, wobei im ersten Modus die Aufnahme eine Minute im Uhrzeigersinn rotiert, um nach 14 Minuten Pause sich wiederum eine Minute gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Im zweiten und dritten Rotationsmodus verlängert sich die Betriebsphase auf respektive 1,5 und 2 Minuten, die Schlafpause verkürzt sich auf 13,5 und 13 Minuten. Im vierten Modus rotiert die Uhr eine Stunde lang abwechselnd 5 Minuten im Uhrzeiger und gegen den Uhrzeigersinn. Darauf folgt eine fünfstündige Pause. Die Umdrehungszahl pro Tag, TPD, beträgt in den vier Modi respektive 1056, 1584, 2112 und 2640 Rotationen. Je nach Ihrem Bedarf können Sie den Uhrenbeweger von Watchwinder Smith entweder ans Stromnetz anschließen oder die Uhrenvitrine mit zwei 2A-Batterien betreiben. Die Batterien sind im Lieferumfang nicht dabei, ein kompatibles Netzteil schon. Der nächste Produkt ist Florian 242.942.701 Uhrenbeweger Watchwinder Smith WWS B2 beim Uhrenbeweger. The automatic watchwinder can solve a problem that allows your precious watches to move permanently on the go, so that the time to keep accurate, you can then wear it at any time, this is also the help for watch collectors and lovers of favorite. Mechanical watches. If you are a lover or collector of automatic watches, then this watchwinder is a good choice. How the watchwinder works. 2 minutes counterclockwise winding plus 6 minutes time interval plus 2 minutes clockwise. Important notes. Please only use the original power supply supplied or compatible batteries, 2 2A-Batteries, not included. Otherwise, the watchwinder could be damaged. Please note that original power supply and batteries cannot be used at the same time. Specifications. Material, Quality Sandalwood plus Crystal Acrylic plus PU plus Stable Motor from Japan. Color, Black. Weight, 2,5 kg. Dimensions, 24,00 x 25,00 x 27,00 cm. Powered by Power or Batteries. Box contents. Einmal watchwinder. Einmal User Manual, English. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.